Hahaha HAAA Servus Freunde, Dantido hier und willkommen zu ne... Oh, was ist das? Willkommen zu ne ner Runde von Smitebrinked. Ich spiele Bastet auf der Solo Lane. Ich denke Warriors Blessing ist nicht schlecht. Wir holen uns... ...putz. Wollen wir mal was putz? Wien hab ich überhaupt auf der Solo Lane? Oh, ok. Dann holen wir uns... Holen wir uns... Was holen wir uns? Uns Teleport holen? Oder holen wir uns was anderes? Ich hol Blink. Ja komm ich hol Blink. So. Das meiste Gehasstes Kind. Jaaaaaas. 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 So. Gucken wir mal. Es wird wahrscheinlich ne Afro Solo. Aber sobald ich Anti-Heal hab, sollte das kein Problem sein gegen sie. Aber sie ist nervig. Also sie macht Schaden auf jeden Fall. Das ist nicht zu ignorieren. Oh, oh. Oh Minions sind schon da. Warum bin ich noch so lange hier? Upsi Daisy. Komplett vergessen. Der Blink war an sich auch relativ gut. Ich muss die nur markieren einmal. Dann passt das schon. Besten Markierungen sind schon. So. Alles gut. Selbst wenn die jetzt im Tower sterben, sollte ich den XP noch kriegen. Okay. Ich hab trotzdem Fun Minions verpasst. Das hört mich auf jeden Fall nicht an. First run. Yes. You did well with me though. Yes. Follow me. Attack. Good stuff. Okay. Oh mein Klee ist noch räudig, aber das wird schon noch besser. Sprich auf, dass ihr auch gut geküsst. Oh dieses gespam, ich liebe es. Hm. Oh ich hab ihn auch getötet nicht gebrochen. Oh. 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 Ich denk wir nicht drauf springen. Oh. Oh. Ah schade. Oh. Oh ist das geklappt? Wir müssen ein bisschen vorsichtig spülen jetzt. Letz mal. Okay, die kann mit ihrer Knockback meine Abilität stoppen, hätt ich nicht gehört. Okay. Nein, sie hat auch nicht mehr viel, aber es ist gefährlich, ihr könnt gegankt werden hier. Letzschu, letzschu. Okay, Blue war voll geschissen. Das ist nicht so nice. Jetzt geht sie zu meinem Blue wahrscheinlich. Boah, ich verliere richtig viel XP gerade. Oh, der ist schon gedroppt gewesen. Ich habe sie eigentlich gedroppt. Hätte ich bloß Ulti gehabt. Oh, it's up, jetzt. Ciao, bro. It was nice knowing you. Ich back gleich wieder. Ich ziehe mich so nah. Oh, na. Oh, na. Oh, na. Oh, die weh, die weh, die weh My God Can you fucking call me amateurs Ich kann ja mein Mana durchs Tote noch auffüllen. No Problem Army. Ich fühle in meinem Mana einfach. Ich mein der Gloobars sollte ja nicht gleich spawnen. Ich kann ja mal stellen Totem. Und jetzt kommt, oh Totem ist schon wieder da. Okay. Muss ich back. Dann hol mal, oh du kriegst die Luise. Ich hole mir sicherheitshalversfall in Mana Pots. Weil ich den Gloobars wahrscheinlich klaut krieg wieder. Ja. Oder auch nicht. Egal. Ach ne, oh ich würde ich nicht verlieren. Oh, wir haben geschlagen. Ja, das ist gut am Rücken. Ja, das macht ja immer noch was, ich höre dir nicht immer. Ich bin ganz klar. Ja, ich bin ganz klar. Jetzt geht es aber los hier. Ich sehe, Blue hat mich aufgenommen. Ich bin ganz klar. 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 Ach. Weil es jetzt keine Wand war, ist er gestorben. Das sind Leute, Digga. Schmerz. Dreht sich. Was? Was ist mit diesen Leuten los? Sollte aber anfangen zum Props hier am besten. Schmerz. Also es könnte echt ein interessantes Game werden. So viel Liebe wie hier im Spiel ist. Und das Gegenteil wurde gespürt. Nicht wirklich? Schmerz. Easy. Das Gefühl ich werde gleich von einem Talathus gegabt. Oh, ich bin tot. Schade. Schade. Schauen wir mal ob er Rutsch ist oder ob er Rutsch ist. Er ist kein Name für einen kurzen Mal. Jaaaa. Er ist kurzzeitig aus dem Bohrenmodus. So, danach hole ich mir Blackthorn. Für das Leben und MP5. Schade. 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 Ich hätte schon Bock Trance zu gehen, aber das passt hier gerade nicht. Dieses Team. Also wir nehmen nicht wirklich auseinander. Deswegen ist es unbekannt. Schade. 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 Schade hecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rock Fiends on their blood. Halt am Tag und Halt am Tag. Du sollst nicht meine Lane Props ziehen, du Hund. Oh, elender. Du elender, du elender. Blackthorn. Das ist eigentlich immer, bevor ich back soll, nicht proxieren, aber ich bin jetzt... Ja, das könnte man schon gut lösen eigentlich. Ich spiele auch nicht so viel zusammen. Das muss man schon erwähnen. Ich kann ja nicht direkt wieder auf ihr kollabieren, so. Ich hab ruhig gemacht. Ich hab ruhig gemacht. Wenn ich noch Brawlers holen, damit sie sich gar nicht mehr heilt wird. Ich hab's nicht gesehen. Und hier mal aber fällt jetzt auch mal ganz drastisch. Also nicht. Du kannst in der Mitte die Schmerzen schlafen. Auf das BistUL, ich habe meine Machen gemacht. Ich habe verrückt. Und defectiv die Schmerzen. Und sind hier in der Mitte. Ich habe also das Schmerzen gearente. Junge, Junge, wir haben ein Toxie, Toxisches Team, das ist ja unglaublich. So. Trotz. Sie sind auf jeden Fall Tanki, ne? Oh, sie geht auf Leben. Warum habe ich gerade die Porte angesetzt? Da kommt ein Spannkurs, aber ich kann schicken. Ich habe mich nicht erwartet. Entwürft, mich. Es ist nicht so, wie sie ist. Wenn Sie Menschen sterben, wird sie schritten! Ja! Ich sterbe! Oh mein Gott, das war so. Gut, gut. Gouds. Okay, Suntry. Hilfe! Auf meinen Weg! Schau! Schau! Du hast einen Geist getötet! Schau! Jetzt kommen wir mal die Sentry hin. Rewardzeug könnte sein. Hey Rewardzeug. Wenn ich erst rüberkomme. Schimper? Ey, wen sehen meine müden Augen da? Hallo. Sie heilt sich aber immer noch relativ gut. Das muss man schon sagen. Ja. Jetzt fällt dir ein Geist zu knacken. Ah! 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 Peace out! Ah! So, jetzt holen wir uns Power. Ah, physischen. Ah, komm. Bei cooldown holen wir erstmal Gladiators. Dann holen wir uns... Ja, dann holen wir uns Harzikers. Dann holen wir uns Titans Bane. Ich habe kaum noch physischen Defense, aber... Das geht ja. Ich habe wenig Kontakt mit dieser Armee momentan. Anathos trifft nichts. Können wir uns dieses behinderte Bild aufnehmen, weil er läuft. Blut ist auf beiden Seiten. Ich komme hier, Bro. Ich komme hier, Bro. Ich bin aus dem Weg und lasst dich. Ich bin mit dem Weg. Ich bin aus dem Weg. Wir haben uns gehangen. Den Home so stürzen. Oh, jetzt wird der Kato. Ich bin mit dem Weg. Ich schaue die Hunde. Was? Giant Okay Okay Okay, dann pausen wir das Egal Sie hat an sich nicht viel Mahler Und sie pusht wahrscheinlich Oder auch nicht Ne, ich mach die mal gut Mit dem Clown Ja Oh Das ist so eklig So, hier kostet Hatzika 2,5 Ja ich mein, wir haben durch Phyger und HP5 Kann ich ruhig noch ein bisschen nerven da vorne Wave pushen Was decken unsere Minions? Hey, was sehe ich denn da? Afro Es geht ab, Bro Wo geht's denn? 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 Ich nerv einfach, dass das nichts machen kommt Die Arme, Alter Die Arme, Alter Okay, ich hab das Helikopter bekommen Okay, ich hab das Helikopter bekommen Ich denke, was wollte ich am Schluss kaufen Was wollte ich kaufen? Hatten Spain Ja So, cooldown mäßig 20% Das geht Ich denke, ich hole dann einfach für Boots noch Auf jeden Fall Discord Egal, jetzt werdet ihr sehen, wie ich der Afro Schaden mache mit Hotzucker Dieses Item ist krank Oh, den krank Scheiße, da sind ja alle hier Die Arme Ja Geht Und jetzt Ich gehe Die Arme Die Arme Die Arme Die Marke Geht Die Abinnen Die 과�nation Die Arme Die Abinnen Die Abinnen Die Abinnen Die Abinnen Sie Die Abonnation Sie Sie Die Abonnation Das Ich habe keine Millions. jetzt geht's fluss und du wirst du wirst du wirst du wirst du Nice. Ja, ich hab den Phoenix. Ja, ich hab den Phoenix. Hilfe! Okay. Ich nerv die einfach nur. Ich brauch gar nicht viel mehr. Oh. Ups. Okay, die Tana-Uti hat da nichts gemacht. Oder ich hol mir nochmal Physical Defiance. Und dann hol ich mir Titan's Brain. Genau. Oh, dann hab ich... Mit dem Titan's Brain für Groots. Und dann passt der Scheiß. Das ist deine Destination. Wenn du lockst dich auf der Blut. Deine Mitte-Tower ist unter Attack. Deine Mitte-Tower ist unter Attack. Deine Mitte-Tower ist unter Attack. Ja. 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 haha jo, Firejoke gekommen auch wenn es ein bisschen knapp war Das war so gut. Oh nein, das geht fertig. GG! Ja, auch wenn ihr alles Hunde seid. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Bis zum nächsten Mal.